Ja, gleich geht's rein. Kommen schon alle zum Haus. Hinten ist Dilli. Ich könnte mich ja wegschreien. Die ist hinten am Pflaumenbaum und pflückt sich ihre Pflaumen. Hoppala. Ja. Ich gucke sie. Na ruhig weiter, Dilli. Lecker, lecker, ne? Ja. Ja, du darfst, ja. Oh, alles Pferde fliegen, hier. Oh. Ja. 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 Da kommst du auch mal gucken, Carly, ne? Hier frisst die mit Kernhoffen. Ich komm die alle hinten wieder raus. Und die sind gar nicht lecker, Dilli, ne? Die haben eine ganz saure Schale. Aber du findest die super, ne? Hm? Aua!